Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Minecraft Season 2 mit Barristar. Geballtenladung Action. Krass. Und ich nehme mir gleich erstmal die Diamantspitze, in der Dash. Weil oberstes Gebot ist jetzt für uns, unser guter Kollege brennt in der Runde. Ach du bist grad hier am Schaufelfisten. Ja ne, ich geb dem bloß hier noch den Restweizen, den ich hier hab. Von wie mein ich jetzt wieder gucken, obwohl ich ne Spitzhacke in der Hand hab. Ja, ich komm mit. Hilfst dir so, dann stirbst du wieder. Ja. So, ich hab 32 Steaks hab ich einstecken. Ich glaube Obsidian gab's dort, wo mir letztens so lang gelaufen sind. Da hast du doch irgendwann mal... Ähm, hast du nen Sattel einstecken? Falls wir bei den Pferden vorbeikommen, können wir... Ja. Ja, ich hab gleich nen Sattel einstecken. Moment. Einen hat man doch, ne? Einen hat man, deswegen... fahr' ich. Kannst du schon mal hinlaufen. Wenn du nur gerade läufst, dann finde ich dich ja dann... Jo, ich schlafe nur gerade. Wo bist du, wo du den Sattel reingehauen hast? Äh, da ist glaube ich mit bei... wo du... wo das Zeug für den Tisch drin ist. Also wenn du runterkommst, geradeaus links. Das ist doch mal. Ich bin gut, ne? Boah, ich hab ne Idee. Geißte. Ach, na, kann ich gerne machen. Na? Alter, wie übelst du die Skelette am Brumm tanzen? Ach, ne. Ich hab die Holzmeer. Äh, guck mal, Alter, gleich in Ruhe. Ne, da ist auch die Holzmeer. Ach doch, da ist Holz. Du hast ja auf uns gesehen. Ich hab Knochen gefunden. Hühnchen. So, jetzt komm' ich. Hast du wohl nicht mit Tage gemacht? Ne, ne. Ein anderes Schönes. Ich komm mal. Wirst du dann, wirst du dann sehen, wenn du die Kiste aufmachst. Oh, ich glaube, ich weiß was. Ja. Du hast Stöcke gemacht und dort reingelegt. Na, das ist ja jetzt Quatsch. Das ist halt schon ein Gerücht. Das ist ja jetzt Quatsch. Den auf sich einholen kann, ja. Ich bin am großen Teich. Teich. Ich hab mittlerweile Überlegungen für meine Behausung gemacht. Weil das, was wir ja zur Zeit nutzen, ist ja bloß so vorübergehend. Dreckskammer. Abstellkammer. Das stimmt. Ich hab ja schon meine Häusle, die ich eigentlich weiter bauen müsste. Ja. Aber... Geht's erstmal auf das Suche, dann werd ich mir erst, wenn wir den Tisch haben, dann hier Angel verzaubern. Ich hab immer noch nicht geguckt, ob wir da wirklich Level 30 waren. Ich weiß ich gar nicht. Hab ich aber unten nachgeguckt. Es liegt jetzt schon wieder so viel Zeit dazwischen. Haben aber nicht genutzt, um mal zu gucken. Alter, da dürfte ich doch gleich haben. Ah, du bist. Ja, ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt auch gewartet auf dich gehabt. Unge. Unge. Lass mich mal vorbeiziehen. Ein Birkenmältchen. Ach, ist das schön. Oh ja. Oh, Blumen. Über die Blumen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ist was kaputt. Ich glaub wir sind Kriber mal studiert. Oh ja. Oh. So, pass auf. Ich bin doch Bachelor. Möchtest du diese Rose angeben? Ja. Von morgen aber ist ja egal. Dann wird es jetzt aus wie eine Rose. Ja, Bengabo oder uns. Ich glaub hier noch, die holländige Dope. Die holländige Dope. Ja. Oh jetzt. Ah, jetzt hab ich mich mal auf. Oh mein Gott. Das war im Block stecken geblieben hier. Ah. Erstmal einen Steak essen. Gute Idee. Den kann ich nicht mehr sprinten. Ich glaub der ist ein Nüt. Zur Nüt kann ich dir was geben. Ich hab da so das ein oder andere Steak einstecken. Ach, ich hab immer was mit. Ich hab immer ein Steak vor Zwischenbruch. Echt auch. Wo ist er denn? Na ja, ich komm, ich komm. Bin schon da. Ja. Majonaise. Und ich hab dich... Bin ich jetzt falsch? Ich bin geradeaus weitergelaufen. Da. Ja. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Dach wir müssen in die Richtung. Ja. Ok. Bin ich irgendwo falsch abgebogen. Ich weiß es nicht. Ich dachte wir müssen in die Richtung. Ok. Moment. 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 Ich kann hier F3 drücken. Mhm. Dann hol ich mir meine Daten rein. Dann gucke ich mal wo uns rüchte. Das muss ich nicht verloren. Warte mal. Unser Dorf ist bei... Die Richtung umsichtig. Äh. Ok. Ich bin verwirrt. Also unser Haus ist in 260 und 660. Nein. Das ist wo? Ich bin hinter dir. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal irgendwo was wo es drauf. Also 260, 660 ist in unser Haus. Ich dachte es war in der Richtung oder? Warte mal rausfinden welche Richtung es ist. Welche? Irgendwo da. Äh da. Warte mal. 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 Du bist. Warte mal. Da covered. Warte. Wo bist du? Wo bist du? Warte. Wo bist du? Mein Führer! Aber Spaß, ich bin jetzt wieder am Führer vorbei gelaufen. Also am Haus vom Führer. Alter! Ich bin jetzt so premium, wenn der einfach mal mit nach einem Führer heißt. Das ist so geil! Und bei mir im Haus von Innern, da ist Wendler. Ja, aber... Das ist ja nicht richtig. Das ist auch geil, wa? Ja. Ja, ja. Jetzt ist es immer ruhig. Der hat einen Briefkasten neben meinen. Der Wendler. Ja, der Wendler. Jetzt ist es immer ruhig. Ich bin kein Star, haut mir aus dem Maul, ne? Hitz dich. Hitz dich. Hitz dich, genau von hinten. Oh mein Gott. Möcht du 14 Stück abbauen, würd ich sagen? Hitz dich. Jaja. Kann ich nur weil er will machen? Hitz dich, oder? Ich ja, alleine in die Höhle hier rein geht. Ja. Während du noch... beim vedrischen willst... Italianung. Ich habe unbedingt ja jetzt 3 laufen. ich habe noch diamanten gefunden eisen kannst du mitnehmen ich werde einiges an eisen brauchen hallo und hallo mine ok also hallo kiste 11 kohle und neun lapis lazuli bei mir läuft aber ja verlappis dich also wissen wir auf jeden fall hier kommen wir auch noch mal her gar nicht jetzt aber ich nehme mich jetzt um meine rein kohle an der leider nicht helfen ich bin ja manchen zu ich hab das schon auch da auf einmal wird was ich letztes mal probiert habe mir also auf mir hexe geladen sind mit diesen ganzen mod alles also wir sehen würde ich habe es falsch oder ich habe zu viele mods gehabt die ich gleichzeitig geladen habe das hat geleckt wie so zu unspiel war das sind halt die ganzen mods die übers ressourcen fressen also das hat schon ewig gedauert bis ich überhaupt auf die welt gekommen bin dann war ich drauf und ich konnte hier wirklich sagen wir mal ein frame war noch viel also das war der habe böse das erinnert mich an die zeit wo wo ich noch nicht meine externe festplatte hatte wo dann meine festplatte mal voll war beim terraria aufnehmen ja jetzt mal die so im block noch ab jetzt zu die über die fassen dann jetzt hast du das der vierte genau so ist es guter jungen vor allem schubst haben wir schon so in den grubel Achso, warte, wo waren die Pferde? Du kannst ja auch, wenn du willst, schon zurückgehen. Ich habe sowieso nur einen Sattel mit. Das ist in die Richtung, ne? Genau, einfach geradeaus laufen. Da kann ich gucken, wo die Pferde waren. Wollen die ja mal gerade Autos? Du hast die Koordinaten, nicht ich. Du bist der Schreiber, Meister. Pferde waren bei 100... Oh Gott, ich bin voll falsch. Hier war der Mann. Au! Komm ich nicht. Ich war's nicht. Gelett. Pam! I'm in my fire! Pam. Äh... 116... Einfach mal da in die Richtung. Ich kann es mal betrachten. Ja. Ich sehe das irgendwie nicht. Ich würde mich schon mal vorlufen. Äh, nochmal auf Hexe zurückkommen. Muss ich nicht noch mal gucken. Das kann man doch auch mit weniger Mods spielen, ne? Weil ich habe mir gleich so ein ganzes Pack-Corner geladen. Ja, das hatte ich ja auch. So, alles war das glaube ich gleich dabei. Ja, ich hatte hier den Technik-Launcher, wie das Ding heißt. Ja, den habe ich auch. Und da kannst du ja die verschiedenen Dinger, Hexe-Taggelt und die ganze Scheiße, was es da alles gibt, runterlassen. Ja. Ja. Ich werde echt noch mal gucken, ob ich das irgendwie zum Laufen kriege. Ich glaube, dass ich die Schoko-Besam, die sind so geil. Ja, die hatte ich sogar noch nicht mal direkt. Ich hatte ja mal bloß kurz gespielt. Mir eine Sense gekraftet, ist das was. Nein, ich habe ja jetzt, ich meine Pete Smith, die haben jetzt auch angefangen mit Hexe, aber ich habe ja davor schon beim Terrell, habe ich da schon reingeguckt. Bei wie? Mit der Aensie, wo ich mir Heroes, die wir mal ab und zu angucke, wo ich sonst das Projekt verabscheue eigentlich. Aber, ähm, das finde ich einfach nur cool, mit dem weißen Chocobo, Bababa-Haar. Einfach schön. Und ich brauche was zu essen. Ah, die sind einfach cool. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie... Ach, okay. Oder irgendwie nur so, nur so Exit mit, nur mit den Chocoboos. Durfte auch gehen. Ich glaube, weil es sind hier viele Blumen. Chocoboos durfte glaube ich sogar ein extra Mod sein. Also ein Inselnermod. Ja, ich denke es auch. Weil bei Moodfutus sowieso ist, ist das nicht mehr drin. Naja. Soweit ich weiß. Das ist fast bei uns. Okay, was? Ganz natürlich und dann Mut holen, wo du dann mit Doppi rumfliegen kannst. Ja, Animal Rear. Wir sind hier so, wo wir uns sind. Alter, sind hier viele Blumen. Keiße. Das sind alles Moodpflanzen, ne? Ich gar nicht mehr vorrausend. Äh, die roten Tulpen. Und so. Ist auch geil. Die roten Tulpen. Bros. Wünschen. Bei uns zu Hause vorbei? Habe ich das wirklich richtig aufreden? Ich bin gerade echt verwirrt, ob ich das richtig aufreden mache. Ich wollte das nicht. Mal gucken. Weiß ich auch noch nicht. Mayonnaise. Ach, was ich auch gesehen habe. Ich meine, wenn die Folge jetzt rauskommt, ja, aber das ist mir egal. Äh. War es, ich glaube. Also jetzt bei uns, nicht jetzt die Folge, was, was so ein GLP hochgeladen hat. Kennen. Mag dir was? Ja. Mag dir was sagen. Hab ich gefickt, also. Hab mir sogar noch nicht mal angeguckt. Wie du es nicht mal angucken musst. Also das müssen wir mal privat noch einmal spielen und dann aber auf 10 Runden oder so. Das muss man ja immer alle Waffen freistellen. Da war ja noch nur diese Super SS-Waffen. Ja, aber ähnlich. Genau. Aber ja. Erstmal in der Welt blöd rumstehen, weil mir der Arm juckt. Geil. Dann ja immer noch. Ich bin, glaube ich, fast auf der Höhe von unserem Haus. Also ich bin jetzt bei unserem Haus. Also ich dürfte theoretisch gleich bei den Pferden sein. Ich bin jetzt aber sehr unbekannt, was ich aufgeschrieben habe. Wenn du die Explosion gehört hast, bist du sehr nahe zu Hause. Nee, aber ich habe das glaube ich echt falsch aufgeschrieben. Das könnte sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.